So, guten Morgen zusammen. Ihr seht schon, ich habe mein Spray bekommen. Das ist von gestern Abend, von dem Deadstroke, sag schon, Deadstroke Zero-Paket. Also jeder, der gestern da mitgemacht hat, hat seine 8 Punkte geholt. Der bekommt auch dieses Spray. Sieht recht nice aus. Der Cup war auch ganz interessant, fand ich. Ich habe dann, wie viele Punkte hatte ich? 52 Punkte. Aber ganz ehrlich, Leute, ich sage es euch einfach, wie es ist. Wir haben die ganze Zeit darauf geachtet, wie viele Punkte man braucht, bis auf Platz 4.500. Und es waren halt am Ende, wir vermuten, so um die 120 Punkte brauchte man, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich würde fast schon behaupten, es ist einfach nicht machbar, für uns normalen Spieler da irgendwas abzustauben, was den Skin betrifft. Also wenn irgendeiner den Skin hat, schreibt mal gerade bitte unten in die Kommentare rein. Würde mich einfach mal interessieren, ob es überhaupt irgendeiner von uns geschafft hat. Und ich setze mich jetzt dran, mache die Emotes fertig, mache den Shop fertig. Und im Shop gibt es einiges heute zu sehen. Ein neuer Skin, ein neues Emote. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich und haut rein.